Okay, wir reden einfach weiter ein bisschen auf Schwierig, es macht nicht teuer. Bekitzern immer, wie du sagst, sie reden, jede Sache gehen wir mal kurz an. Das sagt Brotim, aber wir gehen für ein Kilogramm mehr. Ich lade, wenn du ein Scheinleufs fragst, wo ist das mit dem Matten teuer? Das ist ein paar Stunden. Und wenn du so, wie du das sagst, wenn du so an, was du sagst, wenn du mein Gehsel bist, und du sagst, dass du es allein verstehst. Aber es ist ein Stück unternehmen, du darfst kein Geld zu nehmen, du hast ein Geld. Wie ist das? A Großteil, ich finde es, dass das immer nach der Posten sagt, das ist ein Bedeutung. Das ist ein Bestand, das ist ein Mitzes-Sichel, das Signal, das Kirchhoch. Ich weiß, die Leute machen, mit dem ganzen Ranch, mit dem Kühlschulissen, Das ist die Welt. Die ganze paar Mal hier schon mal die Läu-Kimmer, die Rechwelle kommen, die Bescheid haben auch verschillt. Und jetzt waren wir in das Forum die Kitzel an der chritte schon mal teurer gewesen, die Göttlichkeit ist in der Schale geworden. Die hetzel teure, ich meine, danke, Farbe ja, Mochert. Ich habe sie gewöhnt. Ich hoffe, es ist schade geworden und gewesen, was jeder lernt hat Teure, hat er damals bestellt. Die Obersommer kamen gegen die Teure, aber die Teure in die Gange-Nazue-Hoyach, sind nicht aufgeteiner Teufel, das heißt, Ochert sind nicht ungekommener Teure, und sie haben nicht gepäutert, sondern niedrig Ochert. Die Obersommer kennt seine Mitzwöse, aber nicht aufgehobenen Welt. Machen wir das Video mit einem Mitzwöse, mit einem Maklus, das war ein Ballon, aber man kamen mit einem Mitzwöse, aber wir haben keine Mitzwöse gemacht, die sie hätte geschickt haben. Ein Museum, wo es jetzt auch Geld hat, haben wir uns treffen, aber keine Mitzwöse hatte es nicht. Ich wusste nicht, dass ich das war. Ich hatte mir eine gute Idee, dass ich mich mit allen Khmunen kam, mit der Höchstmädrage, mit der HVV, mit der Allgemeinen, die ich hierher war. Und ich habe mich mit dem Studium gemacht. Ich habe mir die Leute geschaut, dass ich mir nicht so richtig verraten habe. Aber ich habe mir gesagt, dass ich mir nicht so richtig verraten habe. Aber das war die Idee, dass ich mich nicht so richtig verraten habe. Was meinst du mit Zivu? Das Wort ist nicht du mit Zivu. Das Wort sagt tiefer. Sie sind nicht gekommen von einem Eibüsch. Der Unnöche dort ist nicht gewesen. Der mit Zivu. Was heißt mit Zivu? Zivu meint, der Eibüsch, der heißt. Das ist mit dem Matenteuer. Mit dem Matenteuer ist ohne alle Gewohnungen, ohne alle Sachen unter dem Zivu HaShem. Das heißt, der mit Zivu ist ein Kind von Eibüsch und allein. Normalerweise die mit Zivu gewaltigen Keuhe. In Deutschland kann Polen auch aufheben werden. Ich suche meine Kinder. Ich suche meine Kinder. Das heißt so, wenn die mit Zivu ist, kann ich eine Sache sein werden. Wie er der Keuhe von der mit Zivu ist, aber es kommt dann auch niedriger. Dann hat es klar, wenn ich die Leute beheuße, die Leute beheuße, die Leute beheuße. Wenn wir in der Welt in der Welt haben, in der Welt die Menschen die Menschen haben, die Menschen haben, die Menschen die Menschen haben. In der Welt haben wir die Menschen haben, die Menschen haben. Es gibt die Menschen auf der Welt Das ist der ganze Tag. Die ganze Welt ist in Schaffung geworden. Wir stehen in Möden. Wir sind in der Sprache. Wir sind auf einer Welt. Auf einer Welt, wo die Tizekhub doch teure Mitzewes und Jeden lernen teure mit einem Zeichel Gashmi. Keine Mitzewes mit Gashmias. Ein Zemer macht auf den Tizekhub, ein Orfen, aber Heimer macht vielen. Und dann sagen wir alle Mitzewes, und hier ist vieles zum Jem Jemayim. Und in gewissem Tag zu tun, haben wir viele Ameile. Das ist durch Heichu. Das ist alles zum Jem Jemayim. Das ist die Titel. Und das ist der Weg zu den Bengemischechen und das ist die Handmikast. Und das ist die die Schaffung. Das ist die zwei Sachen. Die Arbeit macht, die Arbeit ist eine. Das ist eine zweite Sache. Die Fliuren und das ist die Schaffung. Und das ist die Pusche. Das ist die die Schaffung. Aber beim ist die Sache tiefer. Die ganze Hilfe des Schiech ist, in der Mitzewes, durch diesen Schiech, weil jeder Mitzewes bringt er Göttlichkeit. Das ist nicht so, wie wir jetzt haben. Da kann man Mitzewes, das ist die Geist, die hat Mitzewes. Am Mitzewes, Mitzewes, das ist die Schaffung. Das heißt, jeder Mitzewes brennt er Göttlichkeit in die Welt. Jede Mitzewes, der Mensch im Mitzewes nimmt der Zemmer, in Magdefinzitzes, in Or, in Magdefinzitzes, in Magdefinzitzes, in Magdefinzitzes, in Magdefinzitzes, in Magdefinzitzes, in den Zemmer, in den Zemmer, in den ganzen Zemmer, in die ganze Welt, in die alle, jede Sache, was hat man erscheint. Das heißt, der Mensch nimmt, weil ich höre, wieviel Prozent kommt an Mitzewes, nur in die Welt, aufmarschiert Zemmer, wieviel kommt an Mitzewes, ein kleiner Prozent. Aber die alle Zemmer, wo es besonders, von dem unkommenehm ist, ist besonders, wo es besonders, alles ist nicht mehr. Ich kenne dich schon, nur ein Zemmer, von Zitze. Ja, wo kann man das auch Zemmer? In der Zemmer, wo es besonders unkommenehm ist, in der alle Tropfen, in dem Zemmer, in der alle Gäume, in der Arbeiten, in der Zemmer, in der alle Maschinen, alles, hat ein Bier, ein gewissen Bier, weil es besonders, in der Laufel hat, umgegangen zu einer Mitzewa. Aber ich verstehe, in der Tanya, und da hier nimmt, bringt er ein bisschen Salz, mit ein bisschen Mehl, mit alle Sachen, und er muss malen, Cola, Däumen, zwei, und zwei, und andere. Und das ist aber jede Mitzewa. Und das ist egal, wie er los ist, in der Moscheich hat kommen, das ist eine neue Sache. Mitzewa ist in der Mitzewa, das ist Mitzewa. Jede Mitzewa, Sajid, noch ein bisschen Mitzewa, noch ein bisschen, noch ein bisschen, und er war als Münner bekiefst. Und das ist also ein Ausklapp, die hat alles geallt werden. Das ist Mitzewa. Das ist das, was man kennt. Man muss sich nicht mehr auf die Matenteuer. Man muss sich nicht mehr auf die Matenteuer leben. Man muss sich nicht mehr auf die Matenteuer leben. Aber man muss die Matenteuer auf die Umgebung der Seite. Das ist ein anderes, was man sieht. Man muss eine Bahn, eine Heimschirche finden. Man muss eine Matenteuer finden. Das ist die erste Stand. In der letzten Stand ist es besser. Man muss eine Wogendung. Man muss eine Wege auf die Matenteuer gehen. Man muss eine Mitzung bekommen. Man muss sich nicht mehr in der Welt т zien. Und man muss sich nicht mehr in dem Weltraum. Man muss sich nicht mehr in der Welt. Man muss sich nicht mehr in die Welt machen. Man muss sich nicht mehr in die Welt machen. Man muss ganz alle Menschen sein. Sie werden diese awkwarden Begeleute sein. Das ist ein bisschen mit der Menschen. In anderen Worten, Sie haben die Geracht in der ersten Stand. Diese Menschen waren in der letzten Stand. In der paar Oktober, in der das Ende der letzten Stand war. Die Altreiber haben dort mehr in der Reihe. Das ist ein Mensch, den es sich in den Pfeil des Mandath. Und es ist ein Mensch, wenn der eine Bibel von dem Reben, olliht der Schleimh der Lord von der Bibel. Er ist der Mensch, in den Kahn, der Bethlehem das Erbacher, aber das ist das Ursprung, der opportunities in der Bibel von 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 der Bibel, dann den Bibel von der Bibel von der Bibel von der Bibel. Das heißt, es muss sein, dass die Bibel von der Bibel von der Bibel von der Bibel hat. Die Schalte, die Weltmeinde, die sich zuhören, die Probleme mit dem Problemen nicht beschreiben müssen. Der kranker darf einen Doktor. Der kranker darf einen Doktor. Wer ist der kranker? Der kranker ist der Doktor. Der kranker, ja, der krank, der krank darf man einen Doktor. Der kranker mit dem Doktor ist er sieben, mit ihm sieben. Wo ist das? Man darf einen Doktor. Weil er ist krank. Die erste ist alles krank, weil er ist Doktor. Sieben. Der kranker ist sieben. Der kranker ist sieben. Der kranker darf einen Doktor. Der kranker ist sieben, nicht sieben. Ok, Sie gehen an die Schule, bitte. Ich wusste mir, dass mit einem kranker, mit einem Doktor, der kranker ist sieben, nicht sieben. Aber bei Gollus in Gehle ist es verkehrt. Die ganze Gollus ist die liebe Gehle. Die ganze Gollus ist die liebe Gehle. Die ganze Gollus ist die liebe Gehle. Die andere Leute sagen, dass die Welt ist in Ruhe. Die Gehle, in jedem Welt ist in Ruhe, das muss nur kein Gollus sein. Die ganze Gollus ist die ganze Gollus. Sie wissen, was die Welt meint. Die Probleme mit Zürich, mit Sachen, mit der Krone, aber sie haben sie nicht mehr. Sie denken, dass alles, was in der Welt liegt, ist die ganze Gollus sein. Die ganze Gollus ist die ganze Gollus. Die ganze Gollus ist die ganze Gollus. Und wenn sie sich nicht mehr aussehen, weil sie ein Gehle ist, sie haben sie ein Gehle, und sie haben sie ein Gehle. Und sie haben die ganze Gollus. Sie haben die ganze Gehle, und die ganze Gehle sind die Welt. Welt, Dier, Tachtooien, Welt, Gashmiers, wo du sie ertachten, Ich wrá'l treff mir mal so, mit ein paar Eklamen, du um Tanja, dass zahna dir z'mei besteht, Und jetzt ist immer du als Achschlaven, also nachher schlaven, nachher schlaven, nachher schlaven, jetzt bekehschelt die Schwiees, ist so, Schwiees ist, es verbindet mit Möish prisoners, niemandem teuer, ja? Und du, der Melech, du, der Melech, das Jürzat, in der Jürzat, wie bei Shemtof. Du, der Melech, gewinn der erste Melech bei Jeden, und das ist die Emelse, die wir dann mit uns berichten, wenn die Melench malhogen dann nicht solle. Also, die Melench malhogen nicht solle. Die Emelse malhogen dann nicht solle. Sollte das ganze Riechen sind dann, wenn man dann die Melench malhogen, dann kann man ja, wenn man mit uns dovet ist. Und dann mit uns berichten wir dann nicht solle. Das ist auch die Melench. dort hat sich um noch eine Stanz hier sie war der Melech der Melech ist so dort hat sich um den ganzen Stalt von Mashiach später kam der Balschämtow die ganze Ankude von Balschämtow ist nur nicht bei Kitzern ein Wort das ist ein Jamm zu reden aber bei Kitzern ein Wort wie sie wissen wie sie giefen mit brechendem gief mit an Eisem mit all zum verkehrt man darf essen sie haben schon ma im der Simche alles ist der Wort ist sie klappen dem gief du sie pint verkehrt wie die kommuner die kommuner ist dir betracht toinen nehmen den gief auf heim nicht brechen dem gief darf gief essen schlopfen in sachen gesinnt in nehmen dem gief in dem gief aus schlitzern in die alle Union wo sie gehen bei der in in ds alles hat es gale los us ab de be de gil brengt in brengt in pas in schlopfen inget fern schlopfen 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 mus bekan betale mare barriges gudel barriges gudel in d d time hat alt tolen premis teuer was premis teuer premis teuer dus me gale san Die Welt ist auch auf dem Eibestimmten, weil die Stattel bereits die Bohren, die in der Teure-Betten-Skala der Prämie ist, die uns bringt, dass die Welt noch in der Prämie ist. Die Prämie ist in der Welt, das ist auf dem Eibestimmten. Die Prämie ist in der Welt, die in der Welt ist. Das ist ein schweres Mädchen, das ist ein Bein, das ist ein Bein, das ist ein Bein, das ist ein Bein, das ist ein Bein. Das ist ein Bein, das ist ein Bein, das ist ein Bein, das ist ein Bein. Ja.